Hallo liebe Zuschauer, Cheetos, 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 aber nicht mit Käse, sondern mit Peperoni, extrem scharf, wie vorher, Flammenhot, Flammenhot, wenn ihr unser vorheriges Video gesehen habt, wir haben was sehr scharfes probiert, und schon wieder was scharfes ist, ich bin gespannt, das erste Mal im Leben, wo ich das probiere, vorher habe ich das auch nicht gesehen, wow, sieht auch, besonders aus, wow, 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 ich bin gespannt, wie das ist, oh my gosh, zeig mal, zeig mal, zeig mal, das ist anders, das ist anders, wir können diese fluffige mit Käse, das ist anders hier, so, zwischen Käse und scharf, oder? Ach, ekelhaft. Und sauer, ach, nee. Ah, hier. Schmeckt nach Käse und Tau und Zitrone, oder? Ja, ekelhaft. Noch eine, noch eine. Nein, nö. Ich weiß, dass das ekelhaft für dich ist, aber nur, dass du deine Meinung sagst. Ich kenne mich mal nicht ekelhaft. Ja. Die Konsistenz ist auch schon so ekelhaft. Nee, nee, nee. Nee, nee. Also da, das wirklich, also. Ich finde keine andere Worte, aber ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhaft schmeckt pervers. Weil so ein, derjenige, der so auf so was steht, pervers. Ja, aber da. Irgendwann darfst du das machen. Ähm, ja, nö, nö. Käse, scharf, mit Zitrone, bäh. Das ist gar nicht mein Ding, nee. Also, das ist Cheetos. Das ist nicht auch so scharf. Das andere war noch schärfer. Der Mund brennt immer noch. Ja, nee, für mich ist es nicht so scharf, aber... Nein, ich meine nicht wegen des vorherigen. Ja, ja, nee. Also, liebe Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr... David, dass ihr es wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.